Ja, hi, willkommen zurück bei Barbecue. Geil aber günstig. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute machen wir wieder was Leckeres. Wir machen eine rauchige Barbecue-Soße. Also, bleibt gespannt. So, kommen wir zu den Zutaten. Wir haben hier Bacon. Ich habe hier sechs Scheiben. Ketchup, Senf, braunen Zucker. Dann haben wir Worcester-Soße, Flüssigrauch. Wir brauchen den Saft einer halben Zitrone, eine rote Zwiebel. Ja, dann haben wir hier noch ein Grevensteiner Bier. Wie heißt das Bier denn jetzt? Landbier. So, da haben wir es doch. Grevensteiner Landbier. Ja, zum Bearbeiten brauchen wir wie immer ein Messer, einen Esslöffel und einen Teelöffel. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen mal an. So, ich habe die Pfanne schon mal ein wenig vorheizen lassen. Jetzt wollen wir den Speck reingeben oder den Bacon. Und das Ganze ein bisschen andünsten. Ihr seht, ich habe hier eine große Pfanne mit hohem Rand. Weil die brauchen wir auch, weil ich habe ja vorhin von dem Landbier gesprochen. Ja, und das geben wir später komplett hinzu. Heißt also, wir brauchen schon eine hohe Pfanne. Oder halt eine große Pfanne. Den Bacon lassen wir schön knusprig werden. Den nehmen wir gleich wieder raus und hacken den schön klein. Ja, in der Zwischenzeit, wo der Bacon jetzt hier anbrutzelt, können wir schon mal die rote Zwiebel nehmen und sehr fein klein hacken. Dann können wir schon ein bisschen vorbereiten. So, schau mal. Der ist jetzt schön knusprig angeschmort. Den nehmen wir jetzt raus. So. Jetzt geben wir schon her. Wir geben hier in das Fett. Da ist es genügend. Guck mal, wie viel der Speck gelassen hat. Geben wir die Zwiebeln rein. Stellen aber den Herd etwas kleiner. Ich habe den jetzt auf drei stehen. Gebt jetzt die Zwiebeln hinzu. Die müssen wir nur kurz anschwitzen. Ja, wenn wir die jetzt so ein, zwei Minuten da drin angeschwitzt haben, dann geben wir schon die komplette Flasche Bier hinzu. Oh, schau mal, die Zwiebeln sehen schon gut aus. Jetzt geben wir das Bier hinzu. Und zwar die ganze Flasche. Das sind 0,5 Liter. Und wir lassen das Ganze jetzt runter reduzieren. So, dass wir ungefähr 150 Milliliter. Und noch an Flüssigkeit, ja, wir übrig haben. Jetzt können wir wieder hergehen und können den Herd wieder höher stellen. Weil runter reduzieren heißt ja auch kochen. So, schaut mal. Das ist der Speck. Nachdem wir aus der Pfanne kamen, wird der hart. Ja, wir gehen jetzt her. Und hacken den richtig schön in kleine Stücke. Wir können erstmal hergehen, das Ganze grob machen. Und dann können wir das machen, wie wir das kennen. Das machen wir jetzt ein paar Mal, dass wir den Bacon richtig klein kriegen. Wichtig ist, dass ihr hier auch ein Messer benutzt mit Wiegefunktion. Als nächstes können wir hergehen. Wir können die Zitrone halbieren. Wir brauchen ja den Saft einer halben Zitrone. Da gehen wir her, halten die fest und drücken die einmal etwas kräftiger runter. Dann lässt die sich gleich besser ausdrücken. So, dann können wir schon hergehen. Einmal in der Mitte durch. Zack. So, die Vorbereitungen sind soweit getroffen. So, Ergebnis ist erreicht. Wir haben jetzt ungefähr 150 Milliliter runter reduzieren lassen. Ja. Dann können wir schon hergehen. Geben jetzt den Bacon hinzu. Wir rühren das Ganze einmal durch. Jetzt kann der Ketchup hinzu. Und jetzt zu dem Zeitpunkt, wo der Ketchup hinzukommt, gehen wir her und stellen den Herd. Ja, ich stelle ihn mal auf Stufe 3, weil er muss jetzt nicht mehr auf starke Stufe stehen. Sondern das Ganze muss jetzt so ein bisschen vor sich her köchern. Rühren wir das Ganze erst noch einmal wieder runter. Und jetzt gehen wir her und geben die restlichen Gewürze dran. Die 600 Milliliter haben so ein bisschen aufgekocht mit dem Ketchup. Wir geben einen Esslöffel Senf dran. So, dann geben wir zwei Esslöffel Worcester-Sauce dran. Wir können statt das Hot Jadapeño auch Tabasco nehmen. Ich finde, Tabasco hat einen sehr eigenen Geschmack. Hier geben wir jetzt mal nicht einen ganzen Esslöffel dran, sondern, ich sag mal, so einen halben Esslöffel. Und probieren das Ganze mal im Nachgang, ob es scharf genug ist oder nicht. So, und jetzt kommt der Clou an der ganzen Geschichte, damit die Soße auch rauchig wird. Hickory, flüssig rauch. Da geben wir einen Kehlöffel von dran. So, jetzt holen wir das Ganze durch. Lassen wir das ein wenig aufköcheln. So, zwei Minuten später. Jetzt können wir hergehen und können den braunen Zucker dran geben. Wow. Und den Saft der halben Zitrone. Diesmal ist es gut gegangen. Kein Kern. Hier oben guckt einer raus, den nehme ich mal weg. So. Zack. Ja, jetzt lassen wir das Ganze wieder zwei, drei Minuten köcheln. Und dann ist die Soße fertig. Wollen wir das Ganze mal probieren. Hat jetzt ein paar Minuten vor sich hergerutscht. Super. Kleines aber. Mir fehlt noch etwas Rauchgeschmack. Also, seid vorsichtig damit. Nehmt erstmal, wenn ihr flüssig rauch habt, einen Teelöffel. Und zum Schluss, so wie ich jetzt, probieren. Und ja, wenn es euch zu wenig ist. Ich gebe noch mal ein bisschen an. Ich rühre das noch einmal durch. Dann wollen wir mal gucken, ob wir da eine etwas stärkere Rauchmüllte dran kriegen. Das ist ja auch individuell, wie rauche ich ihr das mögt. So, schaut mal. Ich habe hier so eine kleine Anrichte, Schale oder Pfanne. Ja, Schale kann man eher sagen. So. Ja, was würde besser dazu passen als ein Steak? Somit probieren wir das Ganze gleich mal mit einem Steak und einem Stück Baguette. Boah, schaut euch das mal an. Da habe ich richtig Bock zu. Ja, ich gebe mal ein wenig Soße. Boah, die duftet, ne? Das hat wirklich was gebracht, dass ich noch mehr von dem Flüssigrauch dran getan habe. Also, die Konsistenz total super. Also, ich kann es nur empfehlen. Macht es nach. Wenn euch mal ein Video gefallen hat, klickt gerne mal den Daumen nach oben an. Seid ihr noch keine Abonnenten, abonniert gerne den Kanal. Das Abo ist kostenlos. Ja, wollt ihr mal up to date sein, drückt die Glocke. Dann kriegt ihr mal mit, wenn ich neue Videos reinsetze. Ja, und jetzt wollen wir mal hergehen und probieren. Es ist soweit. Boah, super. Der Rauchgeschmack kommt super durch. Jetzt mal mit dem Stück Baguette. Ja, natürlich. Jetzt habe ich auch noch ein perfektes Steak. Medium. Ich kann euch das nur empfehlen. Also, wenn ihr die Soße nicht nachmacht, dann habt ihr was verpasst in eurem Leben. Ganz ehrlich. Bis dahin, euer Dirk vom Barbecue. Geiler war Röntstück. Ciao. 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 Ciao.